Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Das Piano Sie sagt, es sei ihr Piano und sie will nicht, dass ihr es angehört Wir sind eine Familie und bringen alle Opfer und du wirst es auch tun Ich würde gerne einen Handel mit dir machen Es gibt Dinge, die ich gern tun würde, während du spielst Sieh dann, Rocco Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020